Ich hab ganz schön was getrunken im Club. Soll das heißen, dass du kotzen musst? Nein, ich kann nicht. Oh, hier, hier, hier. Hast du was für alle Fälle? Nein, ich konnte noch nie kotzen. Ja, hat es? Ich wünschte, ich könnte kotzen, das würde nämlich helfen. Ich... Wow! Weißt du was? Jetzt geht's mir viel besser. Das Niesen hat geholfen.